Natürlich das Team mit Klaus-Dieter Krügel und seinem Bruder Wolfgang Krügel nicht unterschlagen, hier im Wartburg 363 B460 unterwegs ist. Klaus-Dieter Krügel 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 Sollte es denn? Oh, jetzt hat er die Gurt ein bisschen weit rausgetragen worden. Unterschätzt ist es wirklich mit bremsenden Rädern stehen geblieben. Hier ist der Hirsch, Andreas Schwamm, der nächste Konkurrenz von Marco Keller, der nächste Konkurrenz von der Karte. Da ist Miner und Hansel Feldkamp. Und hände ich um Hansel und Lukas Riedel. ...ust. ... Australien endete. Für solche Einsätze da waren die Mercedes-Benz Rund geeignet. Wenn du mal raus bist, was hier drückst du! ... dann weg. 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 ... dann normal über die Rund kommen. Hier ist die 35. ... aber wo ich gerade meinen Zeitpunkt noch zu Deutschland ... ... da die das jetzt nicht mehr machen, ... weil der hat uns Skoda beschäftigt, ... ist sogar wieder ein Journalist. ... aber möglicherweise hat die auch uns Skoda-Konzern ... eine neue Aufgabe genommen. ... ... ... Klasse, Gruppe N oder F, jeder hat den Klasse ausgefahren, er fährt schon mal V2. Die Ammonat wird mit dem Wachsicht ganz überschweren. Bitte Gärme, den Trezza am Zwei. Wir haben die schon geholfen, oder? dass das Auto vorne ein bisschen schwerer wird Untertitelung des ZDF-DF, 2020